Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen da mal zurück. Und ich würde doch ganz gern mal den Teamschalter probieren. Ich muss ja auch mal wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Und jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Ich dachte, wir wären von oben gekommen. Und scheinbar dem nicht so. Ähm, Moment mal. Äh, Squall-Ability. Ähm, wie viel HP hat er wohl, wenn ich das wegmachen würde? 8, 9. Ja, wir lassen das erstmal so. Ich habe keine Lust auf diese kleinen Zwischenkämpfe. Ich habe hier schon genug Rätsel... Rätselei hier. So, oh, wie schön, dass wir hier mal direkt so einen Teamschalter haben. Ich probiere das mal aus. Ach, cool. Also, je nachdem, wo das Team steht, bekommen wir dann das Team an diesem grünen Kreis. Okay. Ähm. Ja. Da bekommen wir erstmal Cash. Wir haben sowieso keinen Shop mehr hier irgendwo. Ähm. Ach, ich wollte doch... Ach, egal. Was soll's. Warum spiele ich... Hm, komisch, komisch. Ich, ich bin noch ein bisschen... Na, hi. Wir gehen mal hier runter. Oh. Ach du meine Güte. Das erinnert mich ein bisschen an die Kanalisation in, ähm, Delling City. Aber hier können wir nichts machen, so wie das aussieht. Waffenkammer-Schlüssel wird benötigt. Okay, den haben wir noch nicht. Moment. Musste ich nicht mit dem... ...mit dem anderen Team irgendwie mal was machen? Oh. Oh nein. Äh, äh, äh. Hä? Kerker-Schlüssel erhalten. Wow. Scheiße. Okay. Okay. Autsch. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ja, ich wollte gerade sagen. Also. Mit Waffen erreichen wir da nichts. Ähm. Ach, lol. Ach, du Scheiße. Erstmal den richtigen Zauber für den Kerl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's aber. Na dann. Nutzen wir die Gunst der Stunde doch mal ganz kurz. Oh, sein Schwert ist weg. Das klingt doch mal sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und du bist weg? Geil. Boah. Oh. Du machst dich gut als Statue, glaub mir. Aber du hättest auch da bleiben können, also du musst dich nicht unbedingt auflösen. Okay, dann haben wir den Kerker-Schlüssel schon mal. Platin-Rüstung. Wahnsinn. Okay, ähm, kommen wir denn jetzt auch irgendwie wieder hier raus? Äh, ich nehme jetzt das Speichern erstmal. Ja, ziehen können wir. Achso, jetzt können wir hier wieder raus. Was? Die Tür ist von? Von innen verschlossen. Achso, dann ist es ein anderer Eingang. Jetzt muss ich überlegen, aber ich weiß, bei einem anderen Durchlauf, ich hatte ja schon mal so einen kleinen Tester, ist mir irgendwo oben ein Schlüssel runtergefallen. Ich wechsle das Team nochmal. Das Team wechseln. So. Ja, die haben ja keine... Ach du meine Güte. Die haben doch jetzt gar nichts ausgerüstet. Super, ey. Na, Gott sei Dank hatten wir nur so kleine Viecher. Ähm. Oh, das wird fies. Das heißt, ich muss immer hin und her koppeln. Das wird echt übel. Äh, Truppe austauschen. Renoir bekommt mal die ganzen Squall. Ich halte mich mal einfach an die Haarfarbe. So, dann kann ich mich besser... Mich besser orientieren. So. Die Punkte sind mir gerade mal egal. Ich muss mal eben gucken, wo das war mit dem... Mit dem Schlüssel. Nee. Nee. Wir laufen einfach mal. Ach, ja doch. Wir haben ja Gegner 0%. Ähm. Da ist das Schlüsselchen. Gut, okay. Also, es sieht zumindest aus wie ein Schlüssel. Ähm. Jetzt will ich mal kurz... Tja, wenn ich wüsste, was das hier ist. Okay, ähm... So, jetzt könnte ich rein theoretisch mit dem anderen Team gucken, ob der Schlüssel da runtergefallen sind. Hier haben wir eine Orgel. Ach du meine Güte. Also, das klingt ja grauenhaft. Hier können wir... ...ein bisschen Musik machen. Äh. Das muss aber... ...nicht unbedingt sein. Denn ich bin nicht so der Musik-Fan davon. Ähm. Ja. Ich wollte jetzt das Team wechseln. Team wechseln. Ja, bitte. Und dann mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo... ...den... ...Schlüssel... ...weil ich weiß noch, dass irgendwo ein Schlüssel runtergefallen ist und ich den irgendwo rausfischen musste. Ich glaube, aus einem Brunnen oder so. Kann natürlich hinten der Brunnen gewesen sein. Ah, da liegt er doch. Mann, hab ich ein Gedächtnis. Alter Falter. Waffenkammer-Schlüssel erhalten. Okay. Boah, wo war denn jetzt der... ...Waffen... ...die Waffenkammer? Ich guck mal. Oh, war hier. Ach, wir sind vorhin links runter. Lol. Ähm. Ja. Moment. Erstmal heilen. Gut, wir sind voll. Das ist sehr schön. Ja. Ach, Mann. Hätten wir jetzt Siren, würde es ein kurzer Prozess sein. Ja, genau. So. Oh. Ha, 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 ha. Hallo, Kollege. Du bist bestimmt sauer, oder? Ach, du Scheiße. Ähm. Wahnsinn. Autsch. Okay. Ich bin so froh, dass ich mir Zauber ausgesucht habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, Skboy, mach hier. Ja. Boah, Glück gehabt. Hunderbar viel. Oh nein, meine Güte. Okay. Okay. Der Typ scheint nicht ohne zu sein. So. Ich verpasste dem Irrwein auch mal eine... ...eine Medica-Flingenskinder. Okay, dann darf der Irrwein gleich nochmal... ...oh, das kann ich auch, oder? Ja. Alter, hoffle Damage-Barn. Irrwein macht man wieder gar nichts. Das ist... ...echt traurig. Oh, oh. Oh, bitte nicht. Oh. Nee, ach komm. Komm, wir hier treten. Nee. So, wer hat denn jetzt noch diesen komischen... Oh, was? Okay, so langsam werden die Viecher ein bisschen anspruchsvoller. Oh! Oh Gott sei Dank, Wahnsinn! Krasse Sache! Okay, jetzt darf ich mich entscheiden, was nehme ich? Ähm... GF oder Spezialtechniken. Bis jetzt sind wir ohne GFs sehr gut durchgekommen. Allerdings, was machen wir, wenn wir einen Gegner treffen, der immun gegen physischen Schaden ist? Hm... So viel Zauber habe ich auch nicht. Komm, wir nehmen die GF. Oh, was ist das für ein Glibberzeug hier, Wahnsinn! Ja, Draw haben wir noch nicht. Okay, ähm...